Bist du sicher, dass du den Weg kennst? Der Weg stammt von der Kontaktperson. Jawohl. Ah, das macht so Spaß. Ja, ich bin auch jetzt sehr gespannt, was wir noch alles in die Luft jagen können. Ja, also das ist echt ein Mega-Pluspunkt von dem Spiel, die Frostbite-Engine. Welches Spiel würdest du dir mit einer Frostbite-Engine machen? Schwer. Wirklich schwer. Ich meine, es gibt ja schon wirklich viel. Das zum Beispiel eher nicht. Ja, am Max Payne. Ja, und wir haben ein Problem, deswegen starte ich gleich mal Overkill. Weil ich gerade direkt eine Granate reinflug. Uuuh, das geht so langsam raus. Ja. Chuck. Feine Sache. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Ich... Bremse mal. Wow, von wo? Die alte Frage in allen Shootern. Von wo? Ja. Wenigstens ist hier der Hit-Indicator ziemlich gut, der einem wirklich einfach noch sagt, ja, okay, aus der Richtung. Ähm. Ich bin gerade echt am überlegen, welches Action-Spiel ich mir noch so wünschen würde. Ja, also, wie gesagt, Max Payne. Der geht in die ähnliche Richtung. Oder vielleicht so aus den Stranglehold. Ja. Ja, Action-Half-Life. Boah, Action-Half-Life. Das ist ja geil. Wow, wow, wow. Du hast da ein kleines Problem. Äh, brennt mein Hintern oder was? Äh, so in etwa. Die sind hier gerade voll mit dem Fuß durchgefahren. Yeah! Oh, wir sind schon. Granate! Bleib liegt! Ich glaub, die sind rechts jetzt in der Tanke noch drin. Oh, ja. Von links, flink, flink... Und beim blauen Auto, hoffen sie. Oh, ja, stimmt. So? War aber zweit und so weit. Ja. Hinter uns jetzt. Weg! Ohhhh, die sind weggekommen. Scheiße, wurde getroffen! Die hocken hier direkt hinter dem... Ja, genau. Perfekt, Kumpel! Da ist aber nochmal Glück. Ach ja. Alles nichts, der rede wert war, hier ist. Ja. Weg! Ich muss hier ein bisschen in Deckung gehen. Oh nein! Step, step. Ach. Sie kommen von hinter der Tankstelle! Ziel auf die Tanks! Ganzes Gegenteil von Homefront. Nicht... Achtung, wir sind an der Tankstelle! Nicht schießen! Nein, Ziel auf die Tanks! Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ja. Ah, hier vorne, okay. Oh, ich bin viel zu viel in der Deckung. Äh, nicht in der Deckung. Nein, nein, nicht in Deckung rutschen. Okay, äh, da. Und? Ähm. Explosier doch! Au! Au, da kommen schon ein paar. Ja, endlich! Ach, der ist doch nicht toll. Und? Komm raus! Jawohl. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mal sehen, wie's Mason geht. Du bist ja, leave no man behind. Mason, komm! Was ist passiert? Hat jemand überlebt? Mason! Tja. Hörst du mich? Hier ist Alpha, ein Kumpel von Mason. Wer ist da? Alpha. Dann ist Mason wohl tot. Dann hab ich's also jetzt mit euch zu tun. Verbindet eure Masken mit dieser Frequenz, dann schaffen wir das schon. Das werden sie büßen. Schade, dass sie die anderen Figuren so blass gemacht haben. Ja, das hab ich eben auch gemeint. Da findet man überhaupt gar nichts, wenn da einer abkratzt oder... Nächste zur Stürm-Szene, bitte. Ja. Wer zum Teufel ist das? Ich bin Fiona. Den Namen kenne ich doch. Bei euch sind haufenweise Kartell-Soldaten. Ich hab ein paar Freunde zu Mason geschickt, um euch zu meinem Unterschlupf zu holen. Der Plan hat sich wohl geändert. Ja, aber wenn ihr den Treffpunkt erreicht, können sie euch da rausholen. Klingt nicht sehr prickelt. Egal. Ich hab eure Masken auf dem GPS. Ich kann euch von hier aus führen. Okay. Los jetzt. Hier. Seid auf den Hauptstraßen vorsichtig. Die suchen euch. Ja, running up that hill. Mal schauen, ob wir die Felsen hochkommen. Ja, ich hab ein... Song von Kate Bush. Hm. Du darfst. Genau. Hepp. Ja, das gab es auch in den alten Teilnehmern sehr schön. Legen wir los. Buddy-Manöver. Ja. Ja, Team wirklich doch was tolles, gell? Da kommen welche. Der kommt. So. Ich bin das. Oh, oh, von links ganz gut. Hey. Ich hab schon overkill. Okay, und ich hab... Ich auch. Und go. Ich hab schon wieder so falsche Button gedrückt, weil... ...Xbox-Pad ist, dass ich anders rumisch. Haha. Maggern. Das Kartell ist schon da. Wir räumen mal eben auf. Okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Den Truck ist ein zweiter. Wir müssen was gegen das MG unternehmen. Los, mit dem Truck kommen wir näher ran. Du bist leider genau falsch. Aber warte. Wir müssen das MG einnehmen. Nein, ich kann es nicht allein schieben. Einer macht den Lockvogel. Der andere flankiert und schaltet den Schützen aus. Okay. Ja, hast du gehört? Und schieb. Ja, warum geht es nicht? In Deckung gehen und schieben. Na, jetzt geht's. Ja. Ich hab da ein Schärfschutzgewehre. Hier können wir dann auch schon in Deckung gehen. Links und rechts hier bei den Schüsseln. Und stehen. Flanchier das LMG! Ja, jetzt müssen wir in Deckung. Oh, oh, fuck. Vorsicht, Franate! Ich geh hier unten in Deckung. Oh 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 oh. Ach, warum hab ich mir mit Sabin geschützt. Äh, lieber nicht. Ich zielic auch die A bones вещи. Ja, ich spring gleich durch, gleich schau da bei dir, links. Ja. Habenblei. Fahch! MMG ausgeschaltet! Gut, jetzt müssen wir nur noch hier rechts aufräumen. Wir sind schlick sauer! Andere Seite! Kein Problem!